Tom's Talk Time, Folge 526. Ich mach einfach dein eigenes Ding. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem sonnigen Mexiko, hier wieder von der legendären Baja Kalifornia und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich ins schöne Saarland, genauer gesagt nach Saarbrücken. Bei mir im Interview ist heute der Florian Jung. Florian, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, viele Grüße nach Mexiko. Danke, danke. Florian, du hast eine ziemlich coole Unternehmer-Story, wobei Unternehmer, man müsste dich eigentlich schon Serienunternehmer nennen oder Serial Entrepreneur, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, denn du gründest so mehr oder weniger ein Unternehmen nach dem anderen, hast auch jetzt einen ziemlich coolen Exit hingelegt, aber alles der Reihe nach. Du hast dein erstes Unternehmen 2007 gegründet, das war eine, sagen wir mal, Eventplanungsagentur und dann hast du 2009 nochmal eine Ärztevermittlungsagentur gegründet, was das ist, kommen wir sicherlich auch nochmal nachher zu und seit 2015 machst du noch ein Flammkuchen-Catering und hast 2017 auch noch einen ganz netten Exit mit deinem ersten Unternehmen hingelegt. Das heißt, Langeweile hast du vermutlich nicht, sondern dein Hobby ist Firmengründen, oder? Ja, genau, so sieht es aus. Also Firmengründen, das ist das, was mich bewegt. Okay, cool. Das war natürlich nur jetzt nochmal ein kleiner Überblick über dich. Aber der war soweit richtig, oder? Hat gepasst, oder? Ja, das passt so, genau, ja. Okay, cool. Aber erzähl doch trotzdem mal ein bisschen mehr über dich, vielleicht erst kurz was als Privatperson, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist der Florian Privat? Und dann auch wirklich nochmal kurz was über dein Unternehmen. Was hast du da genau gegründet? Einfach vielleicht noch ein paar Sätze zu den Einzelnen. Ja, also ich bin Florian, bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Saarbrücken, da bin ich auch geboren. Das ist ein wunderschöner Saarland. Ansonsten beruflich habe ich BWL studiert und habe dann eigentlich schon während der Wehrdienstzeit begonnen, Unternehmen zu gründen. Das erste Unternehmen hast du ja schon angesprochen, das war diese Veranstaltungsagentur. Ansonsten vermittle ich hauptberuflich Ärzte, Honorarärzte vor allem und Notärzte. Und ja, so die Leidenschaft ist das Flammkuchen-Catering. Das hat sich entwickelt aus meinem Holzbackofen zu Hause im Garten, wo ich dachte, cool, diese Idee kannst du ja mal umsetzen und kannst Geld damit verdienen. Okay, jetzt muss ich dich erst mal fragen, du vermittelst Notärzte. Das heißt, du hast als Zweitrufnummer die 112 bei dir aufgeschaltet und sobald jemand ein Problem hat und einen Notarzt braucht, dann gibst du dem die Adresse und schickst ihn dahin. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das ist völlig falsch. Wobei das viele denken, da unsere Seite sehr gut anscheinend bei Google gerankt ist und viele dann wirklich hier anrufen, wenn sie einen Notfall haben. Ach wirklich? Das war jetzt eigentlich mehr als Scherz. Nee, nee, ist wirklich so. Also es kann auch durchaus mal vorkommen, dass du abends eine E-Mail bekommst, ob man jetzt mit der Harnblasenentzündung noch ins Krankenhaus gehen soll. Also schon witzig, wie viele eigentlich nicht wissen, wo sie überhaupt anrufen müssen. Nee, aber eigentlich ist das... Ja, genau. Eigentlich ist es erschreckend, nicht witzig. Ja. Das heißt, was machst du da konkret? Also was heißt das jetzt dann, Ärzte oder Notärzte vermitteln? Genau. Also wir decken im Grunde so den Nachfragebedarf von Ärzten und Notärzten. Kunden sind hier vor allem die Krankenhäuser, aber auch Rettungswachen, Veranstaltungsagenturen. Überall dort, wo halt ein Notarzt oder ein Arzt gebraucht wird, dort vermitteln wir jemanden hin. Okay. Also das heißt, also wer sind eure Kunden jetzt? Also wer nimmt eure Dienste in Anspruch? Zum einen natürlich die Ärzte, die vermittelt werden wollen, das ist klar, aber wer steht auf der anderen Seite? Auftraggeber sind halt die Krankenhäuser, die den Notarztstandort betreiben oder halt die einfach beispielsweise eine Intensivstation betreiben oder einen OP nicht lahmlegen wollen und brauchen dann Anästhesisten für die Operation, für die Narkose. Und da schicken wir dann Ärzte hin. Okay, jetzt mal ganz blöd gefragt, haben die keine eigenen Ärzte? Doch, die haben Ärzte, aber in Deutschland herrscht ja leider ein Ärztemangel, das ist ja weitaus bekannt. Und wir decken im Grunde, ja, diese Nachfrage, indem wir aus, ich sag mal, aus Arztstarkengebieten einfach Leute abziehen, die halt mehr Gehalt bekommen oder mehr Lohn für diese Arbeit und die ziehen wir dann halt in Arzt-Schwache Gegenden. Okay, also kann man das so ein bisschen als, ich sag mal, auch klassische Personalvermittlung benennen oder wäre das jetzt nicht treffend? Ich würde es nicht klassische Personalvermittlung nennen, weil meiner Meinung nach ist diese, ich sag mal, Ressource Arzt ist ja was ganz Besonderes. Also sie haben studiert, haben eine wirklich sehr fundierte Ausbildung, müssen sich ja dann auch später noch weiterbilden als Facharzt. Ich würde nicht sagen, dass es einfach so eine Personalvermittlung ist. Es ist schon was Besonderes, es ist irgendwo eine Nische, wo man auch das System so ein bisschen verstehen muss. Sicher ist in Deutschland das Gesundheitssystem auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass viele Ärzte sagen, hier bleibe ich nicht, sondern ich gehe in ein anderes Land, wo ich einfach viel einfacher Geld verdienen kann, wo ich aber auch für dieses Geld viel weniger arbeiten muss. Ich glaube, das ist einfach eines der Probleme, das wir hier haben. Ja, das stimmt. Also ich kenne es noch, ich bin ja, oder ich habe viele Jahre als Rettungssanitäter ehrenamtlich gearbeitet und halt auch so an meiner Zeit eben ein Krankenhaus, wo ich Praktikum gemacht hatte damals, wenn ich mich da mit den Ärzten unterhalten habe, auch was die da verdienen oder so, da habe ich teilweise wirklich große Augen gemacht und habe, weil das so erschreckend wenig war, wo ich mir gedacht habe, wie, du studierst hier tausend Jahre und dann machst du noch deinen Facharzt und dann wirst du hier mit so ein paar Euro abgeschweißt. Ja, das ist mit das Problem und vor allem, dass die halt, ja, Dienste machen müssen am laufenden Bank. Genau. Da kommt halt die dünne Personaldecke noch hinzu, das macht halt vielen keinen Spaß mehr und so sagen die halt, bevor ich hier halt arbeite, gehe ich woanders hin, was den Ärztenmangel natürlich dann verstärkt in Deutschland. Natürlich, klar. Und was halt auch noch, zumindest damals, dazukam, das war, warte, ich habe glaube ich 2006, 2007 sowas, die Ecke hatte ich als Praktikum gemacht, was da auch noch dazukam, war halt von der Arbeitsbelastung einfach dieses Thema Verantwortung, wenn die halt gnadenlos überlastet und dann auch übermüdet sind, ich meine, da geht es ja nicht drum, wenn sie irgendwo eine Schraube vergessen, dass dann ein mechanisches Teil nicht funktioniert, sondern wenn die die halt mal falsch schneiden oder ein Medikament falsch geben, da kann halt einer auch mal ganz schnell nicht mehr vom Opetisch aufstehen. Ja, genau, das kommt halt noch hinzu, die haben halt wirklich eine mega Verantwortung und ja, sie werden halt vielleicht nicht so gut behandelt, wie man sie behandeln müsste, auch wenn das vielleicht der eine oder andere draußen anders sieht, aber wenn man mal so die Hintergründe sich ansieht, das ist schon bitter, was da abläuft. Das stimmt, ja. Die haben keinen leichten Job, das auf jeden Fall. Nein, genau. Also das muss man auch schon mit Leidenschaft machen und ja, viel Spaß an der Arbeit haben und ja, dass da irgendwann mal Desinteresse vorherrscht, ist glaube ich dann auch selbstverständlich. Was hat denn jetzt der, wenn wir das jetzt, also wir haben es jetzt praktisch aus Betreibersicht oder aus Kundensicht gesehen, wenn wir uns das von den Ärzten her anschauen, wo ist denn für die Ärzte der Vorteil in deinem Service? Weil die könnten ja theoretisch auch sich einfach bei irgendeinem Krankenhaus bewerben und sagen, Bob, ich gehe jetzt da hin und lass mich da jetzt anstellen. Was haben die Ärzte davon, dass es dich gibt? Also die Ärzte können halt natürlich bei uns auf viel mehr Standorte zurückgreifen, weil wenn du quasi Arzt bist, müsstest du dich ja dann gefühlt an 50 Krankenhäusern quasi registrieren lassen und es ist ja nicht immer gesagt, dass du einen Dienst bekommst. Es gibt ja manchmal dann im Monat nur einen Dienst und wenn du dann nur in einem Krankenhaus auch bist, dann hast du mehr oder weniger Pech gehabt. Wenn dann jemand anderes geht, der dann noch offen ist und so quasi, wir sammeln die Angebote, die es gibt und der Arzt kann sich angucken. Die Angebote sind natürlich auch, die Bezahlungen sind ganz unterschiedlich. Also kannst du das halt raussuchen. Vielleicht sagt der Arzt, okay, ich gehe jetzt eine Woche quasi in die Eifel, verbinde das noch ein bisschen mit Urlaub. Das ist vielleicht für den viel angenehmer, wenn er jetzt mitten in Frankfurt einen Dienst macht. Okay. Von der Bezahlung, was du gerade gesagt hast, unterschiedlich richtet sich das dann praktisch nach den Jobs. Also ob die jetzt, ich sage jetzt mal, als Notarzt arbeiten oder irgendwo in einer, keine Ahnung, in einem Krankenhaus oder sonst was normal reingehen? Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nach Qualifikation und nach Tätigkeit. Also der Notarzt wird natürlich ein bisschen weniger bezahlt wie ein Facharzt, der jetzt operieren muss oder wie ein Narkosearzt. Und es ist natürlich auch von den geografischen Gegebenheiten gibt es ziemlich große Differenzen. Okay. Aber die Nachfrage ist da. Also das ist ein Business, wo du sagst, Jupp, du hast keine Langeweile und du bist ganz gut ausgelastet, oder? Nee, ich habe definitiv die Nachfragen. Also diese Nachfrage besteht auch. Ein kleines Problem ist halt, dass mittlerweile die Deutsche Rentenversicherung die Honorarärzte so ein bisschen als scheinselbstständig betrachtet. Wie das sich weiterentwickelt, werden wir mal sehen. Aber der eine oder andere Kunde wird da sicher noch abspringen bei mir. Das ist halt leider schade. Das ist krass. Also die in der Politik in Deutschland, die versuchen, glaube ich, also zumindest habe ich das Gefühl, mit allen Mitteln die Selbstständigkeit, das Unternehmertum irgendwie gegen die Wand zu fahren. Also je mehr Hürden, die in den Weg werfen können, desto besser. Ja, diese Vermutung habe ich eigentlich auch, weil ich weiß ja nicht, was an so einem Arzt scheinselbstständig sein soll, weil ich meine, der hat allein die Verantwortung. Ja, ich meine, versichern und so weiter muss er sich ja auch. Eben. Aber ja, wie gesagt, und vor allen Dingen, wenn er halt wirklich in unterschiedlichen Krankenhäusern arbeitet, also was ich heute in Hamburg, morgen in München und so weiter, also wirklich wechselnde Auftraggeber hat, also das sehe ich auch eigentlich. Aber okay. Ja, vor allem diese Entscheidung führt natürlich nicht dazu, dass, ich sage mal, das Arztangebot größer wird. Also es versteckt natürlich eher nochmal den Ärztemangel. Das ist ja dann das Problem. Ja, klar. Ich meine, das ist auch generell ja im Gesundheitsbereich, auch bei irgendwelchen Pflegern, Krankenschwestern, alle jammern, dass es so wenig Pfleger oder Krankenhauspersonal gibt. Aber was machen sie? Reduzieren noch weiter? Streichen noch irgendwelche Zusatzleistungen, packen beschissene Schichten rein und besteuern es noch höher. Also, wo man sich denkt, da macht doch die Beruf einfach attraktiver. Ja, attraktiv ist halt was anderes. Genau. Ja, gut. Das ist der Grund, warum die Leute in der Politik sitzen und wir Unternehmen gründen. Genau. Ist auch gut so. Allerdings, allerdings, ja. Ich glaube, wenn die Regierung ein Unternehmen wäre, die wären schon längst pleite. Ja, gut, aber das wäre auch, ich glaube, morgen schon wäre es soweit. Gestern, gestern. Ja, eher gestern, genau. Cool. Okay, das heißt, machen wir bei dem Thema Ärzte mal einen Haken dran, habe ich verstanden. Dann hast du 2015, wir haben über deinen Holzofen schon so im Vorgespräch gesprochen, dass der was damit zu tun hat mit deiner neuen Leidenschaft, wie kam der mit da rein, was ist da passiert? Genau, also ich hatte in meinem Garten, hatte ich einen Polzbackofen mit einer Backfläche und darin habe ich Flammkuchen gebacken. Flammkuchen, das ist ja so quasi französischer Genuss und da kam mir die Idee, das könntest du eigentlich ja auch als Geschäftsidee umsetzen, weil, ja, macht Spaß und es ist noch super lecker. Ja, und so habe ich dann halt ein Flammkuchen-Catering gegründet, ist halt auch mehr oder weniger in der Nische, die ich da besetze, weil macht fast eigentlich keiner oder eigentlich keiner und so hat sich das Ganze entwickelt. Dann habe ich mir einen Ofen gekauft, ich habe jetzt einen zweiten, dritten, ja, das entwickelt sich immer weiter und bei dem Flammkuchen-Bang kann ich halt extrem abschalten, das macht mir halt unwahrscheinlich viel Spaß. Machst du das in dem Fall noch selber, also backst du die selber? Ja, also ich habe zwar noch ein Team, aber ich bin auch selbst draußen unterwegs, wie gesagt, ich kann bei dem Backen, kann ich mich total entspannen, einfach dem Flammkuchen zuzuschauen, wie er da ja vor sich hin packt und mir auch immer einen Plan machen, weil wenn zehn gleichzeitig drin sind im Ofen, dann musst du halt, ja, ein bisschen Überblick behalten. Das ist einfach die Herausforderung da dran. Das glaube ich. Jetzt frage ich mal ganz dumm, kann ich einen Flammkuchen auch als Pfannkuchen bezeichnen? Oder springst du mir jetzt gleich durchs Mikrofon und drückst mir die Kehle zu? Wenn du nicht so weit weg wärst, die Frage ist natürlich berechtigt, wenn du Flammkuchen nicht kennst. Nee, der Flammkuchen ist super dünn, also es ist wirklich eine ganz hauchdünne Teigschicht, die gebacken wird und das ist auch das Problem beim Backen. Die bleiben drei Minuten bei 400 Grad im Backofen auf Schamottstein und das geht wirklich rucki zucki und da musst du wirklich einen Überblick behalten. Also es ist dann auch echt Knochenarbeit, wenn du, ja, ich sag mal, 200, 300 Gäste da verköstigen musst. Wow, okay. Also ist das eine Pizza mit dünnem Boden? Ganz einfach gesagt, ja, aber ich würde es so nicht betiteln als Pizza. Nee, es ist ein Flammkuchen, ja. Kommt auch aus Frankreich und nicht aus Italien. Okay, na gut, dann ist das natürlich was völlig anderes. Das ist klar. Nein, aber jetzt immer, ernsthaft, für jemanden, der noch nie einen Flammkuchen gesehen oder gegessen hat, kann man das damit so ein bisschen vergleichen mit einer Pizza? Oder ist der vom Belag eher süß? Ist der eher herzhaft oder beides? Das Coole eigentlich an dem Flammkuchen als Produkt ist, dass du auf Flammkuchen dir einfach, wie gesagt, nimmst du den Flammkuchenboden, der extrem dünn ist. Da kommt eine Schicht, theoretisch, ja, machst du einen Schmand oder einen Creme Frech drauf, kannst du noch ein bisschen würzen und dann kannst du da alles nach Belieben drauf machen. Traditionell kommt da natürlich Schinken, eventuell Käse und Zwiebeln drauf. Das ist so der klassisch älterliche Flammkuchen. Aber ansonsten kannst du auch auf dem Flammkuchenboden jetzt, wenn du nicht unbedingt einen Flammkuchen möchtest, dir Tomatensauce drauf machen, ein paar Pilze, Salami und dann hast du deine Pizza und wenn du das Ganze noch mit Käse gratinierst. Also kann man durchaus auch machen. Das ist halt das Interessante. Ja, auf jeden Fall ist es auch. Und du wirst halt von so einem Stück Pizza bist du ja meistens direkt schon satt. Das passiert halt beim Flammkuchen nicht, weil der recht dünn ist und dann kannst du verschiedene Sorten durchprobieren. Das ist halt auch das Interessante. Das stimmt. Und Flammkuchenessen ist halt immer auch so eine gesellschaftliche tolle Sache. Du stellst den Flammkuchen quasi in die Mitte und jeder kann sich dann bedienen und du isst gemeinsam. Also wirklich ein tolles Event für jeden, der da dabei ist. Das ist richtig. Also ich weiß auch noch, ich hatte glaube ich mein erstes Flammkuchenessen. Das war glaube ich auch noch zu meiner aktiven Dienstzeit, auch in so einem gesellschaftlichen Rahmen und da hatten wir auch, Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Tablette in der Mitte halt stehen gehabt mit was weiß ich, von süß bis super herzhaft und das war genauso, wie du gesagt hast, überall ein Stückchen und man konnte echt viel essen, viel ausprobieren und man hat nicht das Gefühl gehabt wie bei einer Pizza, dass man dann nachher tot in der Ecke liegt und denkt euch platzt gleich. Ja, genau. Also wird es zwar nachher vielleicht auch passieren. Gut, wenn man zu viel macht, ja. Wenn man zu viel ist. Aber wie gesagt, bei der Pizza brauchst du deutlich weniger und beim Flammkuchen kannst du halt mehr probieren. Ja. Höhepunkt ist ja damit auch das Dessert. Du kannst noch einen süßen Flammkuchen machen, was das Ganze dann nochmal abrundet. Ja. Cool. Und jetzt hatten wir, eingangs habe ich ja gesagt, dass du schon einen ganz netten Exit hingelegt hast und das war dann jetzt recht frisch in 2017 und zwar war das deine erste Firma, die du gegründet hast, 2007. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz was zu sagen, um was ging es bei der Firma und wie kam es dazu, dass du die gegründet hast? Ja, also ursprünglich habe ich irgendwann mal die Abi-Partys organisiert und die waren so erfolgreich, dass ich da auch gedacht habe, müsstest du eigentlich nach Abitur und Wehrdienst das Ganze umsetzen und damit Geld verdienen. So kam es dann halt dazu, dass ich ja eine Veranstaltungsagentur gegründet habe, die sich dann irgendwann aber spezialisiert hat auf Event- und Dienstleistungspartner. Also wir waren mit einer der größten Agenturen, die halt Event-Personal angeboten hat im Saarland oder beziehungsweise im Raum Saarlur Lux und haben eigentlich für jedes große Event auch Personal gestellt. Man muss da vielleicht so sagen, zu den Abi-Partys, die hatten zwischen 2.000 und 3.000 Besucher, ne? Also das war nicht eine Schulklasse, die da war, sondern schon. Das war schon, also da ging auch wirklich richtig Geld über die Theke, dass ich diese Verantwortung überhaupt damals getragen habe, ohne mir groß Gedanken zu machen, was ich da eigentlich bestelle. also wenn du mal Bier palettenweise bei der Brauerei bestellst, dann ist das schon ein besonderer Moment, ja? Ja. Also schon ein spannendes Thema, wie gesagt, und daraus hat sich dann diese Veranstaltungsagentur entwickelt und wir waren jetzt zehn Jahre wirklich sehr erfolgreich. Wie gesagt, jedes große Event, wo wir Personal gestellt haben und ja, irgendwann, ja, wurde es mir vielleicht ein bisschen langweilig, ich wollte was Neues machen. Das Blankhofen-Catering lief ja dann auch an und so hat mein Geschäftspartner hat dann mir quasi meinen Anteil abgekauft und ich habe einen Exit hingelegt. Und ja, das Geld konnte ich natürlich dann nochmal investieren. Kannst du darüber reden, was du für einen Profit gemacht hast mit der Firma, unterm Strich? Ja, also vielleicht, ja, schwierig zu sagen. Ich habe damals relativ wenig eingesetzt, weil wir eigentlich kaum Kosten hatten. Genaue Zahlen möchte ich leider nicht verraten, weil da haben wir vertraglich auch stillschweigen vereinbart. Aber es war okay. Also für das, was damals investiert wurde, habe ich schon einen deutlichen Gewinn rausgeholt. Okay, gut, ja. Na gut, kann ich verstehen. Das ist ja oft so, dass man dann irgendwelche vertraglichen Sachen noch drin hat. Genau. Und da wollen wir dich auch nicht in die Bredouille bringen. Genau, das wäre schlecht. Ja, das stimmt. Was war denn das für ein Gefühl, den Exit zu machen? Weil gerade so die erste Firma, das war ja deine erste Firma, das ist ja doch so ein bisschen wie so ein Baby, da hängt man ja irgendwie so ein bisschen dran. Fiel dir das leicht, das da auszusteigen? Ja, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer gesagt, diese Firma behalte ich bis an mein Lebensende. Das sagt jeder am Anfang. Ja, wie du das aber passend gesagt hast, das ist wie ein Baby, du siehst das wachsen und es ist auch gewachsen. Ja, aber ich sage mal, dieses Baby wurde dann irgendwann volljährig, war eigenständig auf zwei Füßen und ja, vielleicht konnte ich es einfach leicht gehen lassen. Das war ein Grund, um dann zu sagen, okay, ich verkaufe das Ganze. Ansonsten hatte ich aber auch nicht mehr so Lust, quasi mich mit den Mitarbeitern rumzuschlagen. Also wir hatten zeitweise über 100 Aushilfen beschäftigt. Das war schon recht anstrengend, weil ich das komplette Personal Organisationsgeschäft gemacht habe. Ja, wie gesagt, und da wollte ich einfach mal was anderes machen. Wie viele fixe Leute hattet ihr drin? Wenn du sagst 100 Aushilfen, wie viele waren fest? Wir hatten eigentlich überwiegend Aushilfen, weil gerade im Eventbereich musst du sehr flexibel sein. Also wir hatten wahrscheinlich viele Studenten, aber auch viele, die das, ich sag mal, einen Minijob auf als Zweitjob hatten und mit den Aushilfen konnten wir viel flexibler arbeiten. Weil du hast zum Beispiel jetzt gerade in der Fastenzeit nach Fasching hast du quasi eine Veranstaltungstotezeit, sage ich mal. Da ist nicht viel los und in der Zeit deiner Vollzeitkraft zu beschäftigen, ist ja dann auch nochmal schwierig, weil du brauchst ja für die dementsprechend auch Stunden dann. Das ist richtig, klar, das macht Sinn, ja. Was ist denn für dich so das Beste an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du machst? Und damit meine ich jetzt nicht speziell auf eine Firma bezogen, sondern generell auf dieses Unternehmer sein. Ja, also was unwahrscheinlich wichtig für mich ist, ist meine freie Zeiteinteilung. Also ich kann quasi morgens entscheiden, will ich arbeiten oder will ich nicht arbeiten, wenn ich jetzt nicht unbedingt Termine habe. Weil so ein 9-to-5-Job, das wäre nichts für mich und das wollte ich auch nie machen. Also ich bin viel besser gelaunt, wenn ich morgens entscheiden kann, okay, heute gehe ich vielleicht mal in die Sauna, spann mal ein bisschen aus oder am Wochenende fahre ich mal kurzfristig in Urlaub, ohne dass ich halt Urlaub Wochen oder Monate vorher beantragen muss. Und was ganz toll ist, ich habe halt immer neue Herausforderungen. Also ich habe nicht stupide Arbeitsvorgänge, sondern ich sage mal in verschiedenen Unternehmen gibt es immer neue Herausforderungen. Irgendwas geht auch mal schief. Trotzdem habe ich ja auch Verantwortung und muss ja auch gucken, dass am Ende vom Monat was unterm Strich hängen bleibt, sage ich mal. Wäre nicht schlecht. Also das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es ist praktisch auf der einen Seite die Freiheit, die du genießt und auf der anderen Seite die Abwechslung. Oder das sind so die beiden Haupt... Genau, ja, also vor allem dieses Zeitding, das ist schon super wichtig, aber auch diese Abwechslung, das sind ja auch verschiedene Säulen, also es ist jetzt nicht nur eine Branche, sondern ja, also ich sage mal, man wird da nicht zum Fachidiot. Ja, das ist richtig, Wie viele Stunden arbeitest du ungefähr pro Woche, kannst du das sagen? Das kommt immer drauf an, welche Zeit so ist. Also im Moment ist es jetzt eher ruhig, weil das Flammkuchen-Geschäft ist halt eher ein Saisongeschäft, was so ab, April, Mai anfängt dann bis Oktober. Ja, also ich sage mal, es kann dann von 20 bis 30 Stunden in ruhigen Wochen sein, aber kann dann auch halt, wenn es wirklich knallt, 60 Stunden oder mehr sein, weil dann sind halt auch Samstage, Sonntage sind halt Arbeitstage. Man muss halt dann Geld verdienen, wenn es Geld zu verdienen gibt. Das ist richtig, ja, man muss die Chance dann nehmen, wenn sie da ist und nicht sagen, nö, jetzt gerade ist schlecht. Wenn ich natürlich sage, ich mache das Wochenende frei, ja, das sind dann zwei, drei Tage, sage ich mal, Lohnausfall, ja, und das merke ich halt direkt, weil das Geld bliegt mir direkt zu. Ja, 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 ich hatte, das muss sich gerade verschmunzeln, meine allererste Firma, die ich damals mit einem Partner zusammengegründet habe, die ging auch so im Freizeitbereich, also auch so Canyoning, Klettern, Fallschirmspringen und sowas und mein Partner hat den Fallschirmbereich übernommen gehabt und da sind wir am Anfang richtig aneinander geraten, weil er dann gesagt hat auf einmal schon wegen, nee, am Wochenende mag er lieber mit seinen Kumpels unterwegs sein und Party machen, am Wochenende will er nicht arbeiten. Wo ich gesagt habe, hallo, wir sind im Freizeitbereich. Das ist ein richtig Geschäftsmodell gewesen. Ja, Und ich dachte, tickst du noch sauber? Ich meine, wenn die Leute arbeiten unter der Woche. Ja, aber Wochenende sind doch keine normalen Bürozeiten. Ich so, ja, genau, richtig, genau deswegen. Deshalb gehen die Leute ja auch was Freizeitmännisch machen. Genau, und ja, das war dann ein sehr kurzes Unternehmen, oder eine sehr kurze Frage. Aber da muss ich immer dran denken, gerade das will. So Leute gibt es. Genau. Cool, jetzt gibt es ja bei allen Unternehmen gibt es ja jetzt, ich sage mal, verschiedene Produkte, verschiedene Dienstleistungen, die besser laufen, die nicht so gut laufen. Und bei dir habe ich ja jetzt jemanden hier, der nicht nur verschiedene Produkte im Unternehmen sogar, sondern komplett verschiedene Unternehmen hatte. Stichwort Geld. Wo, aus deiner Erfahrung her, womit kannst du, oder kannst, schrägst du, konntest du am meisten Geld verdienen? Mit welchen Bereichen? War das mehr die Eventplanung? War das die Ärztevermittlung? Ist das das Flammkuchengeschäft? Also wie teilt sich das so ungefähr auf? Also die Personal, oder ja, die Event-Personal-Agentur, da war, sage ich mal, die Marge eher gering. Du hattest extrem hohe Personalkosten und gerade durch Mindestlohn und so wurde das natürlich noch extrem verstärkt. Das Personal bekam immer mehr Geld, was natürlich auch deinen Gewinn letztendlich ein bisschen geschmälert hat. Klar. Das beste Geschäftsmodell war eigentlich, oder ist, nach wie vor noch, die Ärztevermittlung, weil das eigentlich teilweise von selbst läuft und ich so natürlich viel weniger Aufwand habe. Beim Flammkuchenkettering ist es eigentlich auch ein tolles Modell, weil ich habe das mittlerweile optimiert vom Wareneinsatz und so weiter und ja, da kann man eigentlich auch schon richtig gut Geld verdienen, wenn man dementsprechend die Aufträge hat. Aber am einfachsten ist es wirklich mit der Ärztevermittlung, die eigentlich am meisten Gewinn bringt, weil ja, der Aufwand recht gering ist, sage ich mal, vom Arbeitspensum. Da stellt sich mir natürlich jetzt aus Unternehmersicht die Frage, die sich aufwirft, ist, warum baust du die Ärztevermittlung dann nicht weiter auf, sondern warum hast du das Flammkuchenbusiness gestartet? Ja, also das war ja abzusehen, dass da recht differente Rechtsprechungen gibt und nachdem halt das Sozialgericht dann letztes Jahr auch entschieden hat, okay, die sind scheinselbstständig, die Honorarärzte, hat es mir quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich sage mal, wie gesagt, erste Kunden sind ja auch abgesprungen oder es gibt auch Krankenhäuser, die halt Richtung Arbeitnehmerüberlassung gehen in dem Bereich, das wird nach wie vor ein Bereich sein, der auch ausgebaut wird, aber auf diese Arbeitnehmerüberlassung hatte ich persönlich wirklich gar keine Lust, weil meine Auffassung ist halt, ein Arzt ist ein Arzt und kein Zeitarbeiter. Ja. Widerstrebt mir so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, dann konzentriere ich mich lieber aufs Flammkuchencatering, ist was im Offline-Bereich, ich habe auch direkt mit Menschen zu tun, da muss ich auch gute Leistung bringen und ein gutes Produkt verkaufen, ansonsten werde ich nicht gebucht und ja. Es ist echt, also ich kann jedes Mal nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich solche Geschichten höre, also jetzt nicht wegen dir, sondern wegen diesen politischen Voraussetzungen, die da, oder was heißt Voraussetzungen, Hindernissen, die da aufgebaut werden, es ist, ja, also wie gesagt, es endet ja nichts an diesem Ärztemangel, ne, das ist ja das Problem. Ich wollte gerade sagen, dass es verstärkt ist, genau, ja. Ja, die wissen schon, was sie tun oder auch nicht. Hast du eine Marketing-Geheimwaffe, wo du sagst, Mensch, das war wirklich bei den Flammkuchen oder für die Flammkuchen oder für die Ärzte oder für die Eventplanung, das ist so der heilige Gral im Marketing? Ah, schwierig, den suche ich natürlich auch noch, wie wahrscheinlich jeder. Aber, was mir ziemlich viel gebracht hat, ist eine SEO-Optimierung von der Homepage. Da hatte ich jemanden dran, der das wirklich tiptop gemacht hat und wo ich wirklich auch direkt die Erfolge, die waren direkt messbar, ne, gerade bei den Flammkuchen-Gerdering, das hat mich sehr weit nach vorne gebracht. Direkt heißt, eine Woche, einen Monat oder einen Tag? Ne, das war schon, ja, ich sag mal, ein, zwei Wochen oder so, wo du schon gemerkt hast, okay, da ist was im Gange und mittlerweile, also bin ich da mehr oder weniger auf Platz 1, dort, wo ich hingehören will und das war eine super Investition auf jeden Fall. Okay. Was, was muss man dafür einplanen, für so eine SEO-Optimierung? Ja, ich hatte das Glück, dass das ein guter Kumpel von mir gemacht hat und da war ich mit einem dreistelligen Betrag eigentlich durch, ne, aber ich glaube, wenn du da eine Agentur dran setzt, da kannst du wirklich Geld versenken und ich hatte am Anfang auch da echt Bedenken, weil ich auch schon viele, ja, Storys dazu gehört habe, dass es so Unmengen an Geld kostet und einfach auch kein Erfolg da war, aber hier, das Geld war definitiv, ja, tiptop investiert und es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, ne, mehrmals auf jeden Fall. Ja, das ist cool, das ist wichtig sowas, ja. Gut, bei SEO ist halt einfach das Problem, wenn Google halt mal wieder einen Algorithmus ändert, dann kann halt das SEO ganz schnell auch wieder weg sein, das ist, glaube ich, dieses Hauptrisiko. Ja, genau, da musst du halt noch mal jemanden dran setzen, aber was halt gerade, weil du mich eben gefragt hast, was ist am Marketing eigentlich am wichtigsten, ich glaube, mit das Wichtigste, gerade bei der Online-Werbung ist einfach, dass du einen messbaren Erfolg auch siehst, ne, ich meine, du kannst tausende und Millionen Flyer verteilen, aber du weißt nicht, wer springt da drauf, ja, aber gerade bei Online-Werbung ist sehr schnell eine Erfolgsquote da, weil du auch sehr gezielt werben kannst. Das stimmt, ja, man kann das messen, man hat ein direktes Feedback und man kann dann optimieren, wenn man halt einfach sieht, dass die Hauptzielgruppe, die halt kauft, zwischen 25 und 35 ist, aber die Hauptbesucher auf der Website eben alle unter 25 sind, dann weiß man, okay, da muss man ein bisschen was umstellen. Da muss man nochmal ran, ja. Oder zehn Jahre warten, bis die dann so alt sind und dann kaufen. Gut, bis dahin hat es wahrscheinlich mit dem Unternehmen dann auch erledigt. Wenn du über deine Flammkuchen sprichst, gerade wo du am Anfang so erzählt hast mit dem dünnen Teig und so habe ich irgendwie gemerkt, da brennt auch so ein Feuer nicht nur in deinem Holzofen, sondern auch bei dir drin. Kann man das sagen, dass das so eine große Leidenschaft für dich ist? Ja, das ist eine Leidenschaft und deshalb hat auch das Flammkuchen-Catering als Zusatz Flammkuchen-Catering mit Leidenschaft. Okay. Ja, das habe ich da auch verpackt. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, also wenn ich da quasi dem Flammkuchen beim Backen zuschauen kann, das Feuer anbrennen, ja, das gibt mir irgendwie eine innere Zufriedenheit, sage ich mal. So eine Meditationsart schon fast. Ja, genau. Entspannt mich einfach. Okay, cool. Also wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, so die Leidenschaft zu finden, das ist ja das, was viele Menschen irgendwo wollen. Viele oder einige finden sie total easy, die haben sie einfach und dann gibt es aber auch einige Menschen, die wirklich richtig verzweifelt danach suchen und sie einfach nicht finden. Wie ist es bei dir gewesen? Wie hast du die gefunden? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage mit der Leidenschaft. Ich glaube einfach, das ist was, was sich entwickelt. Ich kann nicht ad hoc sagen, okay, das war der Punkt. Vielleicht gibt es das bei dem einen oder anderen, aber bei mir war das eher so, sage ich mal, ein Prozess. auch, glaube ich, durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel eine Wehrdienstzeit, die mich sehr geprägt hat. Gibt es ja leider mittlerweile auch nicht mehr, wo man viel lernen konnte. Aber auch so Schulzeit, Studienzeit, das sind alles Zeiten, die dich irgendwie prägen und wo du letztendlich, wo sich irgendwas herausentwickelt. Vielleicht bei dem einen oder anderen, vielleicht nicht, aber eigentlich sollte es ja dazu sein, dass irgendwann mal ein Ziel vor Augen ist, das man dann auch verfolgt. Und dementsprechend halt auch mit Leidenschaft, weil sonst brauchst du das Ziel ja eigentlich auch nicht zu verfolgen. Es macht keinen Spaß. Genau, ich glaube, genau der letzte Satz, den du gesagt hast, sonst macht es keinen Spaß. Ich glaube, das ist so einer der Knackpunkte, wo man einfach merkt, ist das eine Leidenschaft oder kann das eine Leidenschaft sein? Das ist so die erste Frage, macht es mir Spaß? Ja oder nein? Ich glaube, wenn man damit schon mal anfängt. Genau, und ich glaube, man darf sich sowas auch nicht aufdrücken. Wie gesagt, das ist ein Prozess, meiner Meinung nach, was sich einfach entwickeln muss. Und wenn du da geballt irgendwas in den Kopf rein schlägst, ist halt nichts. Ja, das sehe ich genauso. Was ich auch noch gerade spannend fand, du hast gesagt hier bei deiner Wehrdienstzeit, dass es die ja leider nicht mehr gibt und dass du da viel gelernt hast. Jetzt hört man ja doch gerade wirklich über die Wehrdienstzeit, zumindest die, die damals noch wirklich die Wehrpflicht miterlebt haben, hört man ja sehr oft von wegen Gammeldienst und total öde alles. Und du sagst jetzt, du hast viel daraus gelernt. Was hast du gelernt? Ja, also das Spannendste war ja schon mal, dass du auf eine Stube kamst, wo alle bunt gemischt waren. Also ich kam damals direkt von der Schule, habe mein Abitur gemacht. Ja, bei mir auf der Stube war noch jemand, der hatte Abitur, aber alle anderen, der eine war Schulabbrecher, dann einer hatte eine Kochausbildung, ein anderer war Kfz-Mechaniker. Das ist einfach dieses bunt gemischte, wo du viel lernen kannst und wenn du nur in deinem geschlossenen Kreis bist, sag mal, nur unter Leuten, die auch Abitur haben, dann hast du auch einen engstirnigen Blick. Und da wurde der Blick einfach geöffnet und du hattest verschiedene Leute, mit denen du dich auch arrangieren musstest, weil du hattest ein Problem, wenn du nachts um drei Uhr auf den Marsch musstest, musst du dich auf die Leute ja auch verlassen können. Ja. Und das sind einfach Sachen, ja, wo man indirekt schon was gelernt hat. Klar, ich meine, es gab auch sicher Sachen, die waren jetzt nicht so toll, aber durchgekommen, muss ich sagen, war eine tolle Zeit und war vor allem auch eigentlich entspannt, weil ich musste mir nicht viel Gedanken machen, geführt wurden wir ja von Vorgesetzten und Geld gab es trotzdem dafür. Ja, das stimmt. Cool. Das ist schön zu hören, das gefällt mir. Und gerade das, was du gesagt hast, diese Mischung aus den unterschiedlichen Leuten, das war auch das, was mich damals unheimlich begeistert hat. Bin eher ein paar Jahre länger dabei geblieben und genau das war für mich immer die größte Herausforderung. Genauso wie du es gesagt hast, du hast deinen, was weiß ich, innerhalb, in deinem Zug hast du deinen studierten Diplomingenieur, aber genauso deinen Hauptschulabbrecher und du hast alle Leute zusammen und du musst aus diesem bunten Haufen irgendwo ein Team machen und mit denen auch noch gemeinsam ein Ziel erreichen und sei es das Ziel nur der, was weiß ich, 30 Kilometer Marsch oder genau, genau. und das fand ich immer, also hat mich sehr begeistert, ja, fand ich cool. Klasse. Jetzt läuft ja in einem Unternehmerleben nicht immer alles rund. Ich meine, wir haben bis jetzt über Sachen gesprochen von wegen, erstes Unternehmen gegründet, cool, Exit hingelegt, nächstes Unternehmen gegründet, läuft, gibt zwar ein paar politische Probleme, aber läuft trotzdem, dann das nächste Unternehmen gegründet, gleich auf Platz 1 auf Google und läuft auch und macht Spaß. Gibt es denn auch mal oder ist denn auch mal irgendwas passiert, wo was nicht so gelaufen ist, wo du wolltest, wo du mal so einen richtig großen Fehler gemacht hast? Ja, ich glaube, so einen richtig großen Fehler habe ich eigentlich bisher nicht gemacht. Was war denn der Größte so, wo man sagt, das war bisher mein größter Fehler und wie ist es dazu gekommen? Also mit der größten Fehler würde ich sagen, das war die Gründung bei der Ärztevermittlung habe ich das Ganze als Unternehmergesellschaft gegründet. Okay. Zu dieser Gründungszeit war das auch eine ziemlich hippe Sache. Die UG war ziemlich neu und jeder sagte, kannst du ganz einfach gründen, quasi mit einem Euro und schon hast du quasi deine Mini-GmbH. Genau, die kleine GmbH ist das, ne? Genau, die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Erstes Problem war, mit einem Euro kannst du das gar nicht gründen, sondern brauchst mal mindestens fast 500 Euro, weil der Notar möchte ja ein paar Euro haben. Stimmt, sonst wäre er ja schon gleich insolvent, ne? Mit der Gründung. Ja, genau. Die Sanitar möchten ein bisschen haben. Ja, das Amtsgericht natürlich auch, weil er wird ja ins Handelsregister eingetragen. Also, das erste Problem, mit einem Euro kommst du nicht weit. Das heißt, du bist unter dem Strich auch bei roundabout 1000 Euro, oder? Ja, bist du auf jeden Fall. Also, ich denke, mit 1000 Euro musst du auf jeden Fall rechnen. Das kommt draußen, glaube ich, nicht so rüber. Und was dann auch ein großer Nachteil ist, das Problem ist, dass du als UG genauso steuerlich behandelt wirst wie die GmbH. Das heißt, hast du dicke Gewinne, wirst du auch dick besteuert. Und diese UG soll ja eigentlich irgendwann mal in eine GmbH umgewandelt werden. So, das kannst du natürlich nur machen, wenn du dementsprechend dann auch deine Gewinne hast. Nur, wenn ich dicke Gewinne mache, spare ich Steuern. Also, was mache ich zwangsläufig, bevor ich Steuern groß zahle? Ich versuche natürlich, meine Gewinne zu schmälern. Wie ich das mache, ist ja differenziert, kann ich das ja machen. Aber was letztendlich dazu führt, dass ich eigentlich ewig brauche, bis ich in die GmbH umwandeln kann. Und ja, das ist was, muss man nicht haben. Am besten gründet man dann direkt eine GmbH. Dann hast du auch diesen zarten Beigeschmack, zusatzhaftungsbeschränkt, hast du so dann auch nicht dabei, weil das ist ja auch, was viele ansprechen, dass das so ein Nachteil ist, dass Geschäftskunden dir gegenüber das eher als nachteilig sehen, weil sie denken, dass du nur halt beschränkt haftbar bist, mit diesem haftungsbeschränkt. Was ja theoretisch auch richtig ist im gewissen Rahmen. Also, darum heißt das ja auch so. Ja, ja, genau. Aber, wie gesagt, ich meine so, gründest du halt eine GmbH, dann bist du durch. Und musst halt nicht unwahrscheinlich, ich meine, da musst du auch Steuern zahlen. Aber dann, weil eigentlich Ziel dieser UG soll es ja mal sein, dass du eine GmbH umwahrn willst. Ja, ja gut, was ich bei der UG halt auch oft höre, aus anderen Unternehmerkreisen, sind so ein bisschen salopp dahingesagt, ja, ja, da hat es für eine GmbH nicht gereicht. Wer weiß, was das ist. Genau, genau. Und das, vielleicht nochmal zu der Frage, warum das ein Fehler war. Wir haben das zu viert, zu fünft gegründet, also waren noch mehr Gesellschafter. Ich meine, da wäre es echt easy gewesen, zu sagen, okay, komm, jeder zahlt da ein bisschen mehr ein, macht eine GmbH und es sieht gleich ordentlich aus. Genau. Aber wie du das sagst, also viele denken dann, ah, UG, okay, der hat keine Kohle. Ja. Was ist das eigentlich für ein Unternehmer? Aber wie gesagt, es ist schwierig, da nochmal rauszukommen, außer man macht halt extreme Gewinne, ja. Klar, kann man machen, aber es hat mal auch dann extreme Steuern. Ja, und einfach schließen und eine GmbH gründen, wäre das eine Option? Also informieren? aber ich könnte ja im Grunde, ich könnte jetzt im Grunde, das Geld einzahlen, kannst du dann, also privat einzahlen, als Privatkredit, sage ich mal, und könnte es dann umwandeln. Ach so, okay. Das wäre eine Möglichkeit, das überlege ich auch. Ja. Hast du irgendwo mal die Überlegung, auszuwandern oder sowas, oder mal ein paar Jahre im Ausland zu leben? Oder ist das eher nicht so? Nee, habe ich im Moment nicht. Hier im Saarland ist es wunderschön, da kann man auch gut Urlaub machen und entspannen. Also es ist im Moment nicht geplant. Ich würde natürlich irgendwann mal gerne auch eine Weltreise machen, aber ich glaube so wirklich, ich sage mal, jahrelang unterwegs zu sein, wäre jetzt im Moment so nicht das Ziel. Okay, okay. Nee, ich frage da immer nur, wenn ich jemanden höre, dass jemand eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft gründen will, weil was viele halt nicht wissen, wenn du dir einmal eine Kapitalgesellschaft ans Bein bindest, ist das fast unmöglich, irgendwann mal auszuwandern, weil es dann diese Wegzugsbesteuerung gibt und das wird ziemlich pervers und willkürlich in meinen Augen festgesetzt vom Finanzamt und das ist eigentlich fast der Tod für jeden Unternehmer, also der wirtschaftliche Tod zumindest, weil die dich damit... War mir jetzt nur noch nicht bewusst, habe ich mich auch nicht befasst, aber gut zu wissen. Damit befasst sich kein Mensch. Ich bin ja selber auch erst darüber gestolpert, als wir dann irgendwann auf eine längere Reise gegangen sind und gesagt haben, okay, dann melde ich mich einfach in Deutschland ab und wo es dann hieß, sei vorsichtig, das kann teuer werden. Ich so, wieso? Ich bin halt dann weiß, wo du wohnst. Genau und dann kam mir vorhin, ja, du hast doch hier GmbHs. Ich so, ja. Und die, ja, dann wurde mir das erklärt, wie das mal eben festgesetzt werden kann und das ist wirklich schon fast willkürlich, das ist erschreckend und dann heißt es von wegen, ja, das ist jetzt die Wegzugsbesteuerung, die du zahlen musst und zahl die innerhalb von drei Monaten, so nach dem Motto. Ah, okay. Und dann sollst du da mal eben irgendwie einen höheren sechsstelligen Betrag mal eben zahlen oder teilweise sogar siebenstellig, je nachdem, was du für eine Firma hast. Das ist halt schon krass, weil das Geld hast du ja meistens nicht irgendwo liegen, sondern es ist ja investiert oder sonst was. Genau. Und das versteht halt irgendwie das Finanzamt, versteht das irgendwie auch nicht. Ja. Wenn die ja Geld von dir haben wollen, dann direkt, aber dass du damit irgendwie arbeitest und dass das ja im Grunde zu deinem Unternehmen gehört und das Unternehmen damit arbeitet, verstehen die irgendwie nicht. Ja, genau. Die sehen halt nur, ach, das Unternehmen ist jetzt, was weiß ich, eine Million wert, dann hat der bestimmt eine Million auf dem Sparbuch liegen, wo man denkt so, äh, nee. Habe ich nicht. Ich glaube, ich habe wirklich die Auffassung, manchmal, ja. Genau. Ja, wie gesagt, das nur so kurz als kleine Randbemerkung noch, also mal im Hinterkopf halten. Wie gesagt, also da könnte es sonst echt böses Erwachen geben. Aber wenn das eh nicht zur Frage ist. Gut zu wissen, ja. Genau. Gut, das heißt also, das nächste Mal würdest du theoretisch gar nicht so eine kleine Gesellschaft gründen, sondern direkt in, in Anführungsstrichen, was Richtiges investieren. Genau. Also wenn ich, wenn ich jetzt nochmal, ja, da was um, also neu gründen müsste, würde ich auf jeden Fall eine GmbH machen. Also man muss ja mal abwägen mit Haftung und so weiter. Klar. Aber wenn ich es machen würde, dann direkt eine GmbH. Ja. Okay. Hast du denn auch mal so Tage eigentlich, wo du mal keinen Bock hast, irgendwas zu machen? Und wenn ja, wie schaffst du es, dich an solchen Tagen aufzuraffen? Ja, klar, die gibt es natürlich auch. Aber ich kann mich da recht schnell dann aufraffen, weil die größte Motivation bei mir ist einfach, das Geld, das ich verdiene, verdiene ich halt selbst, ja. Das ist vielleicht für einen normalen Arbeitnehmer das anders, weil der geht letztendlich für seinen Arbeitgeber arbeiten und sieht von seiner Arbeitsleistung, ich sag mal, nur sein Gehalt, ja. Aber die Wertschöpfung, ja, die ich im Grunde mache, die fließt mir direkt zu und das motiviert mich ungemein, ja. Vor allem, wenn ich eine schlechte Arbeit abliefere, bekomme ich auch letztendlich eine schlechte Bezahlung, ja. Klar. Das spürt man dann direkt als Unternehmer, ja. Also ich bin selten wirklich so wenig motiviert, dass ich sage, ich gehe jetzt nicht arbeiten. Das passiert nicht, weil ich bin einfach so motiviert und diese Selbstständigkeit, dieses Unternehmertum, das motiviert mich allgemein schon, ja. Okay. Cool. Florian, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn möglich, mit einem einzigen Wort oder in nur einem Satz zu antworten, okay? Ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Meine Eltern. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mach einfach dein eigenes Ding. Und was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich glaube, das ist meine Vision beziehungsweise das Ziel immer vor Augen zu halten. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich glaube, manchmal habe ich zu viele Projekte gleichzeitig laufen. Oh, das kenne ich. Wie damit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit Bescheidenheit. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Der wichtigste Schritt, einfach nicht zu reden, sondern einfach zu machen, zu handeln, zu tun. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und über welches Thema würdest du reden? Ich glaube, es wäre die Bundeskanzlerin, die Frau Merkel. Und da würde ich einfach mal sagen, wie bescheuert eigentlich unsere Demokratie in Deutschland ist und wie schwer das für Unternehmer ist, da einfach sein Geld zu verdienen. Mehr wollen wir ja letztendlich nicht. Ja, oh Gott. Ich glaube, ich könnte das Gespräch nicht führen. Ich würde ausreißen. Okay, ich drücke dir die Daumen und Angie, falls du es hörst, ruf man schon an und hör dir an, was du für eine Scheiße verzapfst da oben mit deinen Jungs. Ja, vervollständigen den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Meine Vision umzusetzen. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Ich finde YouTube toll. Welches Buch liest du aktuell oder hast als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ja, ich habe zuletzt die Dividendenstrategie von Georg Pöpsel gelesen. Die Umsetzung der Dividendenstrategie als Anlagestrategie an der Börse und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich für Geldanlagen interessiert und auch für, sage ich mal, für die Altersvorsorge. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com slash audiobooks. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Eine Weltreise. Wann kommt die? Naja, erst wird jetzt mal noch Geld verdient und dann mal schauen. Also irgendwann ist das schon noch geplant, ja, oder vielleicht halt Step by Step, ja. Also Weltreise in ein paar Schritten. Da gibt es, wo du gesagt hast, von wegen irgendwann erst wird Geld verdient. Es gibt ein Lied, also eines meiner Lieblingslieder von der Gruppe Wolfsheim, das nennt sich Kein Weg zurück. Ich weiß nicht, du das kennst. Ja, das kenne ich. Da ist eine Passage drin, die heißt, du willst noch leben irgendwann, doch wenn ich heute, wenn denn dann, denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Ja, das stimmt. Also so mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich bin ja noch jung. Okay, ich bin jung und brauche dir das Geld. Genau, genau. Okay, cool. Florian, für den Abschluss des Interviews habe ich noch eine ganz spezielle Frage noch ausgedacht, was bei dir natürlich relativ schwierig ist, weil du ja eben noch sehr jung bist. Wie alt bist du jetzt noch mal? Mitte 30, glaube ich. Oder 30. 31. 31, genau. Welche drei Tipps würdest du deinem, sagen wir mal, 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Würde ich sogar nicht nur dem 18-Jährigen auf den Weg geben, sondern auch vielleicht dem Älteren, der vielleicht überlegt, okay, vielleicht mache ich mich doch noch selbstständig, mache was Eigenes. Den würde ich einfach empfehlen, zieh dein eigenes Ding durch. Vor allem lerne aus Fehlern und sieh die nicht als Fehler an. Und diese Worte, wie müssen, sollen, können, die sollte man streichen und dadurch ersetzen durch Tun, ja, also handeln. Ja, okay, das sind, ja, das sind, glaube ich, so für jeden, der unternehmerisch, oder nicht nur unternehmerisch, der generell was auf die Beine bringen will, sind das, glaube ich, wirklich diese, diese Goldstückchen, von wegen einfach das durchziehen, sich nicht abhalten lassen von dritten Personen, egal wie nah die einem stehen. Genau. Weil da habe ich halt sehr oft erfahren, selber und auch aus meinen Interviews, dass die Personen, die dir gute Ratschläge geben, in bestimmten Bereichen, in der Regel nicht die gleichen Ziele haben wie du. Die meinen das zwar gut, aber das ist ja völlig kontraproduktiv. Das ist es meistens. Und wie gesagt, ich meine, wenn du es nicht ausprobierst, kannst du auch nicht erfahren, ob das toll ist oder, oder halt wirklich schlecht, ja. Ja. Das ist das Problem. Und das kann dir aber auch nicht jemand anderer sagen. Das kannst du wirklich nur erfahren, wenn du es selbst ausprobierst. Ja. Das, das stimmt. Und ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da gibt es diesen Satz von wegen, wenn du noch nicht da bist, wo du hin willst, hast du zu wenig Fehler gemacht. Oder irgendwie so sinngemäß. Ja. So ähnlich, ja. Genau. Also einfach schneller, ja, fail fast, so nach dem Motto, die Fehler schnell machen, früh machen, dann kann man daraus lernen, dann macht man es besser. Genau, genau. Ja. Cool. Florian, es hat einen riesigen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich sehr coole, sorry. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns dann noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ja. Also, wenn ihr eigene Ideen habt, dann setzt sie einfach um, ja, und habt keine Angst vorm Scheitern, weil diese Angst ist in Deutschland ja wirklich, ja, ziemlich groß, sage ich mal. In anderen Ländern wird diese Angst so gar nicht praktiziert, sage ich mal. Ansonsten, wenn ihr Interesse habt an meinem Unternehmen, könnt ihr auf www.notarzt-ein. marktplatz.de mal vorbeischauen, das ist die Ärztevermittlung und das Flammkuchen-Catering findet ihr unter www.flammur, also Ferdinand Ludwig, Anton, Doppelmater, Otto, Udo, Richard.com. Okay, perfekt. Podcast Nation, du weißt natürlich ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf Tom's Talk finden kannst. Gib einfach die Nummer 526 oder den Namen Florian Jung in das Suchfeld ein. Du kommst sofort hier auf die passende Seite und wir verlinken natürlich auch alles das, was Florian gerade gesagt hat, seine Notarzt-Seite. Das heißt, wenn du selber vielleicht Honorararzt bist und da was machen willst, schau dir das mal an und wenn du Bock hast auf eine geile Pizza, ich meine natürlich Flammkuchen, dann geh auf www.flammur.com und vielleicht bringt Florian dir dann persönlich sogar den geilsten Flammkuchen Deutschlands vorbei. Ganz bestimmt. Okay, perfekt. Florian, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Hat mir echt riesen Spaß gemacht. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Ciao. Danke, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. Podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.